Jo, wiederkommen zurück zu Yoshi's Island und weiter geht's hier bei dieser Stelle. Ich versuche immer noch mit Baby Mario zum Ziel zu kommen, aber das sieht... Oh Gott, das sieht eigentlich nicht so toll aus. Wie gesagt, hallo, ich dachte, ah, wo ist das Problem bei dir, du blöder Game-Controller oder Controller eben. Ja, mittlerweile habe ich meinen Game-Controller, nicht sag ich, meinen Game-You-Controller. Egal, ihr wisst mir nicht, ich spiele. Ich will jetzt hier nicht Game-Mauer werden, ich will auch einfach nur durch. Durch, durch und durch. Hey, ich bin so sauer. Aufmach. Wie schafft man das bitte? Wie ist meine Lage dazu? Also die Rudi-Münze habe ich jetzt weglassen. Juuu. Ich bin da doof, aber es hat einfach keinen Sinn. Ja, super gekommen. Perfekt. Boah. Oha. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, komisch. 4,97 Punkte. Ja, gut, das liegt wohl an diesen Münzen hier. Gut, 6,3. Balken-Twist. Hmm, Balken-Twist. Ich bin mal gespannt, wie es da so abläuft beim Balken-Twist. Ich kann mich jetzt nicht mehr aufregen. Ich bin froh, wenn's durch ist. So, schon hier ist ein Fail. Hallo, Gugu. Danke. Also, von der Bewertung her, ich bewette dieses Setzplay mit 70%. Weil... Ist mein Nervenraubt. Jo, klar, ihr Blöden. Guck mal her, Yoshi. Äh... Yoshi sag ich schon. Baby Mario, was weiß ich. Ich bin ganz außer Haus. Wie lange hat denn diese Balken aus? Wie lange hat denn diese Balken aus? Ich hab mich noch aufgegessen. Ich hab mich noch aufgegessen. So. Jetzt kommen die auch noch. Ich hab mal umgezieht, bitte. Und nein, das hat man jetzt nicht gesehen. Ich bin schnell herausgekommen. tills... Huh?! Nein! ich könnte wieder zurück ja gut 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 warum ich es hier keine genommen hin und her hin und her immer dieses hin und her kommt noch mal auf so nehm ich mal die flower mit und ab da durch speichern hm hm hab ich nicht ja gut ich nehme den weg tschüss ok alle oh oh yo so bad dann und 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 so lauf jetzt bleib mal chill mal du ding ganz ruhig und 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 er Wir haben es bald geschafft. Ich bin nur zwei Partys ungefähr danach. Ja, halt. Halt. Depp, stirb. So, jetzt. Oh, nee. Nicht wahr. Da ist auch noch einer. Moment. Okay. Anderer Plan. Das Feuerzeichen. Feuerflamme. Die Feuerflamme kann mich also... ohne Wendung aber töten. Das ist ja klar. Ähm... Wir machen es jetzt so. Ein Teil des Planes hat ja schon geklappt. Ich werde jetzt. Mal von hier. Nee, das ist ja schon zu spät. Mal von hier versuchen. Ob das geht überhaupt, was ich vorhabe. Jo, klappt. Perfekt. Dann mach es mir gleich so. Oh ja, habe ich noch eins? Ach, nee. Das ist nicht wahr. Ich muss Eier holen. Nee, wo ist denn Eier? Hä? Egal, komm. Warum habe ich das jetzt so gemacht? Können wir nicht jetzt nicht auffressen? Scheibenkleister noch einmal. Ich halte mich mal für eine Richtung. Hmmmm. Jawohl, wir haben es geschafft. Wow. Zwischenboss. Ich komme. Ja. 99 Punkte. Ja, aber ich bin schon nicht zu erstaunt, dass ich so gut bin. Obwohl das immer so lang dauert. Mist. Ich habe hier so eine Sherry, wäre es gut. So. Stegos Festung. Ding. Das gibt es da jetzt. Ja. Warte mal, der erste Fail. Nehmen wir es mal. Ja, ich wollte doch nicht mal den Geist. Was soll's? Tschüss. Was ist jetzt? Ja. Hallo, Baby Mario, komm mal zu mir, Mann. Ich hab ihn doch zuerst berührt. Hallo? Okay, komm, ist mir egal. Ich lass mich betrügen. Ja, ist mir egal. Oh. Mein Gott. Mann, warum kann man die Feuerflammen nicht aufessen? Entspricht das Spiel der Realität? Oops. So. Ja. Ich bin gesprungen auf das Ding. Jupp. Okay. Wenigstens ist es hier... Oh, so knapp. Wenigstens ist es hier so... Also nicht so wie bei Mario Bros. Mario Bros. Ich habe mal eingequetscht. Glück. Und es erfreut mich etwas. Schilder habe ich noch keinen? What? Oh, vielleicht hat er Schleimideen. Schlüssel. Na. Na. Ja, komm. Wir müssen ihn haben. Ja. Na ja, doch. Ja, ich... So. Dieser öffne dich. Und da sind wir auch schon. Und da sind wir auch schon. Oder... ... ... ... ... ... ... ... Na gut, komm. Ich geh jetzt mal den Gang unten komplett durch. Ihr weiß könnt, wie man laufen soll bei der Dunkelheit. Okay. Okay, da geht's sagen. Hm. Gut. Und nun... ... ... ... Gut. Und nun... Wann gehts jetzt? Also irgendwo ist er Aoooo Nein, das ist so ne Falle, wie oft denn noch? Wann? Okay, wir hatten keinen Äh, keine roten Münzen und sowas, oder? Doch Äh, verdammt genau bei dem Schlaf durch, komm Ja Nee Ich hab mich gedruckt und wollte rutschen, aber es geht nicht Bauer Ich will zum Endboss Äh Auf So Wie viel? Naja, 52 Punkte Was solls Unten war jetzt nix Nix Ich geh mal hoch, komm Wollange gehts da? Mhm Hm Der Typ geht mir auf den Sack Gut Gut, ich habe leider keine Eier mehr Ja Ja So Geht doch Geht doch Da ist Da ist aber Ich brauche irgendwo n Schlüssel So Störs mir ja net ab Wo gehts da hin? Ja Gut, das war ne Floa Das war ne Floa Da Keine Eier Ich glaubs net Keine Eier Ich glaubs net Keine Eier Ich glaubs net Ich glaubs net So Jetzt Hier noch Wieder die 5 Weg 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 Dawn Weg Und Wo ist der Schlüssel? Jetzt geht es doch eins nach unten. Ich glaube, da kann man her, oder? Hm. Aber wir waren doch schon unten. Die Seite ist ja komplett. Hier muss es sein. Schleim hier. Ich habe nichts mehr zum Werfen. Oh, das ist fies. Ich brauche eine Box da. Hallo. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Dann gibt es da hin. Da gibt es dann wenigstens eine Eierbox. Hier gibt es Eier. Okay. Ich muss ihn schon öfters treffen als fünf Mal. Da habe ich irgendwie eine Eierkarte. Oh, ich habe hier eine. Cool. Cool, cool. Dann los. Schleim dich kriege ich. Mann. Der Patatier war länger. Scheiße. Ich bin ein Kleister. Einmal. Viermal. Viermal. Was? Ich war dort. Schüssel. Gut, jetzt müssen wir noch ganz oben. Wie war jetzt denn der Weg? Lol. Ja, das sagt mir was Richtiges. Danke. Gut, nun. Ja. Boss fight. Ich glaube, es ist aber die letzte Blume hier. Oh, nee. Das wäre alles rote Münzen. Ne, toll. Springen. Springen. Ich hätte die eine ganzes Mal getreten, ey. Jo, wie hasi. Mann. Warum habe ich den gar nicht gleich gewollt? So geht das. Bitte, guck mal, wie der Wichs, wie der Dab mich da kriegen will. Lauf, einfach. Kein Kommentar. Ja, 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 ich sehe es schon. 89 Punkte, okay. Achso, ja, also die blauen... Blaue Münzen, ich meine ja rote. Also die roten haben wir jetzt alle. Das ist mal gut. Gut. So. Mein, das ist aber lahm, arschig. Ich läuf' gleich ein. Oh, Vorsicht. Jo. Das geht jetzt wieder auf die 40 Minuten zu, toll. Naja, komm. Und wenn der Typ kommt, springen. Oder kann ich ihn abknallen? So, jetzt wird er gleich kommen. Bleibet auf! Wartet. Wer heißt Dawn? Jawoll. Jetzt haben wir 100 Punkte. Cool. Und nun kommt der Boss. So einer. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst. Aber jetzt ist endlich Schluss. Ich mach dich fertig. Schick. Na ja, gut. Den muss man ja mit der Zunge da besägen. Ja. Franny. Ich glaube, ich muss einfach nur das Feld leer machen. Ah, Mann. Ah, Mann. Ah ja. Moment, ich hab nie Idee. Hä? Hä? Was ist das denn? Hä? 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 So, komm. Arrge. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. nicht. Ich darf jetzt nicht da rein. Ich hab doch B ineinander gedrückt. Da. Und dort. Na gut. Ja. Das weiß ich's wirklich. Gut. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und jetzt stand wirklich der vorletzte Part. gleich. Ja. Wenn ich gleich aufnehmen. Also, dass jetzt wieder dann 22 Parts haben. Ja. Aber ich fand leicht gut. Für so ein kurzes Spiel. Ja. Also dann. Bis zum nächsten Part. Und tschau.